was machst du da zu den dorfbewohnern verstärkte erde ein block hast du nicht zu nein der ist nicht vergessen das geht da hier so um die um die kurve und die wächst nicht zu die verstärkte erde n bleibt ein Erdbeek das sieht ganz gut so schick oder erst mal die ersten Vermitteln bis darüber ich kriege ja hier immer wieder Erde wenn ich hier die Erde einlasse habe ich jetzt die dinge angebommelt ja das werde ich nicht das war falsch das war falsch so muss ich genau schlüssel ausgepacht können wir jetzt zack so und verstärkte Erde verstärkte Erde und wieder drauf da geht's auf so So, was wollte ich jetzt von dir? Das weiß ich nicht. Ja, genau. Unsere kleine Erztruhe wird so langsam voll. Die Barren-Truhe, meine ich. Die müssten wir, glaube ich, erweitern oder umtrichtern. Ja, mach halt einfach noch eine Truhe hin und klatsch rein. So, jetzt muss ich mal gucken. So, ich möchte diesen Teppich machen. So geht das. Okay. So. Wir brauchen Stickity Sticks. Das ist aber die von dir. So, ich hab dich geklaut. Jo, passt auch. Alles gut. So. Jetzt müssen wir hier so rüber tun. Zack, zack. Und dann hier. So. Kriegen wir jetzt ein paar von uns. Ganz schön. So, jetzt pass mal auf. Was hältst du davon? So, wir machen das da vorne, da vorne, da vorne, da vorne, da vorne. So. Nee. Wieso nicht? Sieht irgendwie doof aus. Findest du? Ja. Das ist voll hübsch. Hoppana. Doch, ich find das voll schön. Ich find das super. Willst du es lieber mit Gras haben? Nee. Weiß nicht, wie ich eine Treppe? Jetzt hab ich so viele Schrägen. Dann machst du halt mit Schrägen. Muss ja dir gefallen, nicht mir. Das muss uns schon beiden gefallen. Da wollen wir beide hier spielen. Hm. Aber ich find das sieht halt mal so ein bisschen ein bisschen smoother aus. Weißt du so. Ja, weißt schon was. So. Also hochgehen tu das eh wie eine Treppe. Ja, sieht ja glatter aus. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Das kommt immer gut, wenn man isst. Vor allem, wenn man hungrig ist. So. Was ist denn das Rote, was der auf der Karte anzeigt? Ähm. Kann ich dir gleich sagen, wenn ich auf die Karte gucken kann. Zum Beispiel nordwestlich von uns. Nordwestlich seh ich nicht. Achso. Das ist Lava. Das ist so ein Lava-Becken. Okay. Das sind diese Tinker Construct Lava-Becken. Mhm. Ja. Gut. Hab ich noch? Nein, hab ich nicht mehr. Mal, mach mal neue. So, da la... Ich werde dich jetzt dann so langsam verlassen tun. Oh, warum das? Du bist doch im Kaffee vorbeikommen. Ach ja, du wolltest doch noch im Kaffee vorbeikommen. Genau, stimmt. Genau. So. Jetzt warte. Ganz kurz noch. Schau mal vors Haus. Komm ich vors Haus. Ja. Was ist das so besser, meinst du? Das sieht aus wie ein Hocker. Das sind... Ja. So, jetzt. So. Ja. Und hier an die Ecke noch so ein... Ding. Was für ein Eck. Ja, so ein Eck hier. Warte, hier weg. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hast du es jetzt dann endlich, ey. Komm. Danke. Das wollte ich nicht. Du. Ja, ja. Ich bin voll reingelaufen. Hey. Ich hab dich mit dem Atlas gehauen. Okay. Ah, okay. Jetzt, ich, jetzt. Ja, jetzt. Ja, das Ding bloß jetzt drehen. Ja. Das sieht doch geil aus. Echt? Auf der anderen Seite auch noch. Muss ich andere Erde nehmen, weiß ich. Aber ich hab jetzt erst mal das hier genommen. Kann ich das nicht auch machen? Was? Ich hab keine Stufen mehr. Ich hab gedacht, umfärben. Ja. Sieht doch gut aus. Ich find das toll. Hat was. Auf der anderen Seite halt A. So. Halt. Weißt du, was wir noch brauchen? Was denn? Irgendwas, wo wir die ganzen Werkzeuge hinschmeißen können. Hm. Du hast natürlich recht. Wo ist Eisen? Draußen in der Materialtruhe. Ja, so. Du hast die Materialtruhe nach draußen. Eisen. Hey, das ist ein Südkupfer. Ja, aus der Schreckkraft. Ich brauch mal ein bisschen Eisen. Höp. Okay. Und jetzt. Jetzt kann ich es auch auf. Wir brauchen ein Werkzeugregal. Und ich hätte das bitte gerne nicht aus dem, sondern eingerahmt. Nein. Daraus hätte ich es gerne. Okay, so funktioniert das. So, ich bestimmt. Schwarz-Eiche. Fuck. Ja, machen wir es auch schwarz-eiche. Scheiß, die wandern. So. Wo sind sie? Da sind sie. So. Holzstufen und einmal Metall in der Mitte. So. Wo ist es? Wo ist es? Neben der. Hm. Wo? Du hast meine Meta eingesammelt. Achso. Oh, wollte ich nicht. Wo ist sie denn? Bittzeichen. So ein Steinwerkzeug. Nee, das Ding heißt Matok. Genau. Jetzt habe ich ihn jetzt schon wieder rausgehauen. Dein Schraubenschlüssel. Ja. Du legst auch immer, was du da hinkommst. Ja, nimm halt das unten drunter. Weißt du? Hm. Da, wenn es da nicht reicht, immer noch einen hin. Es ist schon dunkel hier. Ja. Willst du nicht einen Glowstone da drüber setzen? Hm. So. Jetzt halt. Oh. Ja, schaut doch eigentlich ganz hübsch aus, oder? Ja. Läuft doch. So. So. Ich verabschiede mich jetzt. Okay. Bis zum nächsten Livestream mit dir. Ja. Das könnte wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil dein Urlaub ja vorbei ist. Ja. Bis zur nächsten Aufnahme. Ja. In Minecraft. Oder in irgendwas anderem. Oder in irgendwas anderem, was uns passiert. Vielleicht ist es ja nach Payday. Oder sonst irgendwas. Steigt mein Aggressionspotenzial wieder und ich möchte ein bisschen Banken ausrauben. Oder es zumindest versuchen. Okay. Lassen wir es beim Versuch. Ja. Ich werde wahrscheinlich hier noch ein bisschen bauen, in der Zeit, wo du jetzt auf dem Weg bist hierher. Ja, ich mache mich ja nicht sofort auf den Weg zu dir. Nicht? Nein. Jetzt habe ich gedacht, du bist hier raus und springst sofort ins Auto und alles ist gut. Und ich stehe jetzt sofort auf, springe unter die Dusche, ziehe mich frisch an und dann hüpfe ich zu dir. Ach so, okay. Ja. Damit kann man leben. Wenn du denkst, du stinkst. Allgemeine Vorbereitung. In der Zeit, während ich dusche und mich umziehe, kann nämlich der USB-Stick mein Rekord nämlich transferieren. Sehr schön. Sehr schön. Das ist so ein bisschen so eine Win-Win-Situation. Ah, so ein Win-Win. Okay. Ja, gut. Der USB-Stick steckt schon. Ich hoffe mal, dass der reicht. Ja. Ich auch. Ich muss mir so mal gucken, wie viel Plattenplatz das ich noch habe, weil die Aufnahme war jetzt doch wieder relativ lang, ne? Ja, das geht bei mir immer ganz gut, ja. Boah, Unstable Induced Werkzeuggriff. Geil. Ich glaube, der explodiert. Okay. Silberwerkzeuggriff. Was ist das hier alles gibt? Unglaublich. Inva, Elektrum. Betrochium. Wie macht man denn Betrochium? Keine Ahnung. Aus Block. Was? Wie baut man Betroch ab? Gar nicht. Ne, genau. Sagst du. Minecraft. Ingenieurswerkbank. Jetzt geht's los, hey. Okay. Behandelte Holzstufen. Oh, 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 oh. Okay. Ich glaube, das muss ich mir noch ganz kurz anfangen. Oh, ich kann dir nicht alle mitnehmen. Wieso nicht? 24 Gegner. Ja. Dann nimm mir doch bitte nur die erste mit. Nimm mir einfach nur die erste mit. Oh, halt, nein, stopp, kann ich. Ich habe einen 32 Gigabyte Stick. Hey, hervorragend. Läuft USB 3. 2 Klasse. Alles wird gut. So, Ort-Converter von Yellow-Reed zu Yellow-Reed. Duraluminium zu mir drin. Was? So, bis denn. Jo, bis denn. Schön mit dir. Läuft. Jo, tschau, tschau. Tschau, tschau. User disconnected from your channel. Da haben wir noch. Oh, da gibt es hier. Ach, so sehen die aus. Hier, schicke Mahaguni. Mal gucken. Vielleicht machen wir uns mal so eine. Schaut auch irgendwie hübsch aus. Hm. Ach, resonante Maschinen. Jetzt, also hier sind ja. Aha. Wie mache ich das? Aha. Hä? Ach, da brauche ich schon eine kreative, um eine kreative bauen zu können. Hm. Hm, ich verstehe. Verarsche. Voll die Verarsche. Gehärtete. Verstärkte, resonante. Uah. Sägewerk. Hm. Was es hier nicht alles gibt? Grünes Miniherz. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Mal gucken. Kriegen wir keinen. Ding. Gelb. Ah. Rot. Gelb. Gelb. Rot. Nein. Ja. Nein. Ach, dafür. Okay. Und grün gibt es da nicht mehr. Was macht denn das hier? Oh, so viel Zeug. Das ist unglaublich. Oh, das könnten wir tatsächlich noch hinkriegen. Ich muss mal gucken, ob wir das... Warte mal. So. Ich gehe mal kurz rein, noch schlafen die paar Minuten. So. Hep. 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 So. Rein ins Bettchen. Zack. Hopp. Hinein, hinein. So. Und da sind wir wieder. So. Da einmal durch. Einmal rüber. Einmal rum. Diddle-Dai und diddle-Dum. Kupfer. Kupfer. Zinn. Kupfer. 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 Alter. Das ist Teil des Zeugers. Hammer. Naja. Okay. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch ganz kurz eine... Diese Spitzhacke packen. Und dann werde ich mir, glaube ich, noch... Ganz kurz was zu Fresschen machen. So. Hep. Zack. 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 Da ist schon mal nichts mehr mit Brot. Fouja. Was sieht es denn aus? Hier. Erbsen. Lauch. Gurken. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja. Natürlich die hier. Die sind ultra wichtig. So. Die Fressen. So. Bis es weg ist. Bis es weg ist. Und dann. Okay. Es ist weg. Ja. So viel dazu. Hat sich voll gelohnt. So. Dann hier rein noch. Geht nicht mehr. Hier hinten. Ja. Da gibt es nur was rein. Das geht rein. Das geht rein. Ah. Das brauchen wir noch. So. Das. 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 Ja. Dann nehme ich mal mit. So. Okay. Meine ich mache mir mal der Truhe. So. Die nehmen wir mit. Ja. So. So. Wir machen noch. Wir machen noch ein ganz kurzes Mal. Das machen wir jetzt auch. So. Hier. 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 Und. Ja. Quatsch. Hier und hier. So. Kommt da rein. Genau. Was zahlt. So. So. Jetzt. Der da. Der da. Das da. So. Haben wir noch genau. Ach davon. Das läuft. Das kriegen wir langsam auch schön hin. So. Hopp. So. Ja. Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen Redstone besorgen. Aber. Das wird dann wohl nichts mehr. Ja. Haben wir aber doch schon einiges geschafft heute. Wir schauen uns das nochmal von oben an. Ich will ja immer von oben verabschieden. Von oben verabschieden ist bestimmt schön. Hier. Alle sind rund. Und. Hä. Akazien. Naja. Wenn er meint. So. Da drüben. Macht sich gerade das Dorf hoch. Hier ist unsere Schmiede. Ja. Dann verabschiede ich mich mal. Teil. Liken. Abonnieren. Nicht vergessen. Ja. Ist unglaublich wertvoll. Ja. Auch auf Facebook hinterherlaufen. Und. Auf Twitch. Und so. Und. Ja. An der Stelle würde ich sagen. Wünsche ich euch dann was. Hier mit meinem Fernseher auf dem Kopf. Das werden wir jetzt noch ganz kurz ändern. Wir machen das so. So. Das passt nämlich viel viel besser. Ja. Und. Dann würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Und. Ciao. Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's zu meinem Let's Play von Minecraft. Life in the Woods. After Humans. Genau. So ein langer Name für ein Mod Paket. Ist unglaublich. Ihr seht. Es ist hier alles etwas hübscher geworden. Ja. Das liegt hauptsächlich daran. Dass ich mir so ein Medium Shader mal runtergeladen habe. Und. Ja. Genau. So. Ich gehe hier sofort wieder Erdbeeren farmen. Denn ich habe vorher offscreen Erdbeeren weggebracht. Deswegen habe ich auch einen Smaragd in der Hand. So. Ich habe hier hinten auch. Mal schauen ob die schon da sind. Ich habe Apfelbäume gepflanzt. Ja. Das gucken wir uns mal an hier. Da ist ein Apfelbaum. Da ist ein Apfelbaum. Und. Ich bin darauf hingewiesen worden. Wir haben so eine coole Kuh in der Nähe. Mit so einer. Hier. Da ist sie. Zack. Mit einer Polizeizelle auf dem Kopf. Und die habe ich uns jetzt auch geholt. Zugunsten von. Es sieht hübscher aus. Habe ich übrigens. Die Sichtweite ein bisschen runter gedreht. Ja. Deswegen kann man da hinten jetzt bloß noch ganz leichtes Dorf erkennen. Aber ich glaube das ist gut. Schaut schön aus. Und wenn es wirklich anfangen sollte zu laggen. Oder wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Hm. Dann machen wir den Shader wieder aus. Ja. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Ja. Wir brauchen Holz. Und ich glaube ich muss mein Haus umbauen. Das gefällt mir nicht. Aber es ist egal. Jetzt gehen wir erstmal Holz holen. Und dann schauen wir mal was wir heute so zusammen bekommen. Der liebe Neo ist auch wieder mit dabei. Da hinten seht ihr den Riesenfinger. Sag mal hallo. Hallo. Ah da ist er. So. Das hat einen Grund warum wir heute etwas später streamen. Ja. Der Grund ist relativ einfach. Und zwar beim lieben Neo hat es heute das Internet zusammen gedroschen. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund was klicken hört die ganze Zeit. Dann ist das er. Wenn ich wutentbrannt durch die Gegend klicke. Ich möchte jetzt keinen Internetanbieter dafür verantwortlich machen. Es waren nämlich alle. Es waren alle Internetanbieter. Wer die Gegend um grüben Zell rum kennt. Ja der möchte Hassbriefe an die Gemeinde schreiben. Und an alle Anbieter die da draußen so vertreten sind. Ja. Aber es ist nicht so wild. Wir kriegen das hin. Und wenn mich nicht alles täuscht dann hostet der Neo auch diesen Stream hier. Nebenbei. Nebenbei. Denke ich. Tudor. Auf seinem Kanal. So. Mach ich das. Machst du es nicht? Ne. Oder? Soll ich? Kannst du machen? Mach mal. Okay. Mach das mal eben nebenbei. Mach mal alles so. Step by Step. Nebenbei. So. Damit auch an einem wunderschönen Montagabend mal andere Minecrafter woanders gehorstet werden als Big G. Wie nennen wir das denn? Minecraft mit Rhydri. Minecraft mit Rhydri. Das ist doch schön. Landort auf meinem Sensor. Publikum. Da. Live schalten. So. Das war es dann auch mit unserer fetten Axt. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch onscreen gebaut habe. Ich glaube, die habe ich noch aufgeschlagen. Das wird sich zeigen. So. Oh. Wunderschön. Wisst ihr was? Das ist uns. Das ist uns jetzt. Oder? So. Yep. Die Kühe noch mit drin. Sehr schön. So. User entered your channel. Und. So. Und da ist noch jemand dazugekommen. Oh. Wer da? Noch nicht. Das ist die Aragorn Lady. Ja, genau. Die spricht bloß noch nicht mit uns. Hat noch keine Lust. Die hat keinen Bock. Aber ich verstehe das. Das ist okay. Die junge Dame wird jetzt sowieso erst mal alleine in der Gegend rummarschieren. Und. Die wird dann später per Teleport hier zur Gruppe dazu gebucht. Jawohl. So. Da vorne sieht man unsere Riesenschmiede. Aber das wird noch größer. Weil. Wie gesagt. Der Neo hat auch offscreen gespielt. Ist ein bisschen rumgelaufen. Und hat hier noch ein zweites Dorf gefunden. Und ein Totenkopf mal. Da werden wir nachher auch noch hinlatschen. So. Da vorne läuft der Zeigefinger wieder. Der gute deutsche Zeigefinger. Der liegt im Bett und wartet auf dich. Du wartest doch nicht. Du liegst im Bett und wartest auf dich. Da kuschelt ich mich ja fast schon neben dich. Bitte. Ja. Okay. Dann heute mal. Oh. Ich habe die Tür gehört. Ich kann nicht schlafen, wenn die Tür aufgeht. Jetzt hin. Pitsch. Oh. Kuschelig. Ganz schön kuschelig hier. Ja. No homo. Oh. So. Nix. Nix. Was, 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 was. So. Ich bin dir natürlich jetzt ganz viel schmarrn erzählt. Sachen, die ich letztens gelesen habe. Ja. Womos hast du denn gelesen? Das war ganz, ganz fies und böse. Echt? Das waren so Sachen wie, äh, was war das? Katz, mir tun die Lippen weh. Äh, meine Lippen sind trocken. Tut das nicht weh beim Gehen? Was? Was? Genau. Was? So. Ich habe nochmal Eier. Kriege ich natürlich da jetzt nicht noch. War ja klar. War ja klar. Ich habe doch gesagt, wir sind voll. Ja. Keine Sorge. Ich habe vorgesorgt, in der Rest der Truhe sind noch Truhen. Du hast doch bestimmt irgendwo, ja, hast du hier. Sehr schön. Zack. Raus mir gleich. Hier raus. So, noch eine Truhe. Hm. Ja, 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 die Truhen brauche ich auch gleich. Nur keine Angst. Noch eine. So. Ich habe hier drüben links zu deiner linken. Hier in dieser. Ich habe hier drauf. Hier. Jetzt zu meiner linken, ja. Oh. Okay. Sehr schön. Ich habe noch ein bisschen Zeug rein. Ja, hier sind übrigens die, ähm, goldenen Dinger drin, ne? Verblonen. Ja. Genau. Das ist der Klugscheißer-Modus. Was haben wir denn hier da oder ist? Da oben links ist, ähm, schlindes Nugget. Ja, sehr cool. Ah, Ferris haben wir auch. Sehr geil. Ferris, bitte nicht einschmelzen. Redfinding? Ferröses Erz. Unter dem Shiny hast du Ferröses Erz. Bitte nicht einschmelzen. So, dann haben wir das. Ich will jetzt erstmal, ähm, ein paar, genau die, ne? Dass du Bescheid weißt. Haben wir irgendwo Stein? Welchen Stein? Äh, Pflasterstein. Irgendwelchen Pflasterstein. Hier. Ah, hier. Da zieht, okay, gut. Nein, nehme ich. Hast du nicht gekriegt. Hier. Habe ich nicht. Pflasterstein. Pflasterstein. Habe ich. Habe ich. So. Und jetzt hier ran. Machen wir uns direkt hier ein paar Eichenholzbrettchen. Und das nächste, was wir brauchen. So. Jetzt gehen wir mal hier. Wie gesagt, dann machen wir die Truhe. Und die Reste Truhen sind noch Truhen. Ich habe die jetzt hier mitgenommen. Achso. Ich habe zwei verbaut. Und eine habe ich noch hier. Hier in der Meile. Dann, ja, ich habe noch ein paar gebaut. Ja, hier. Ähm, du hast gemeint, du hast schon einen Drawer mal. Du hast ihn hier hin. Äh, du frägst mich Sachen. Ich muss mal kurz in mein Domizil. Ja, wäre nett. Ich mache mal hier dabei halt. Muss hier nochmal klauen gehen. So, der ist gut. So, so, so. So. Mal ganz toll, wenn ich hier Richtung Domizil laufe. Dann kann ich an meinem Handy rumtippsen. Der Weg ist immer. Facebook-Status aktualisieren und sowas. Über schwer, da, ha. Hier, Malwerk. Ähm, ja, wir werden jetzt erstmal ein paar Kompakt-Drawer bauen. Ähm, wie nennen sich die blöden Dinger jetzt? Hm. Ähm, ähm. Oh, Schwein. Ver. Dichtendes Schubfach ist das? Genau. Fürchte, ich muss noch ein Domizil weitergehen. Noch ein Domizil weiter? Ja, ich glaube, das Ding hast du mir doch hingestellt. Mir irgendwas zu demonstrieren. Ja, eins habe ich dir hingestellt. Ich hatte nur eins. Ach so? Okay. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Bau's ab. Ah, Sack. Dafür brauche ich ja wieder Cleanstone. Habe ich noch Cleanstone? Keine. Einziger Nachteil am Facebook-Status aktualisieren, während man läuft es. Man läuft auch diagonal durch die Gegend. Ja, das ist so. Aber ich hatte hier noch irgendwie nochmal einen Buchstein. Sehr schön. Zack, zack, zack. So, jetzt brauchen wir ja erstmal Cleanstone. Und zwar eine Menge. So, habe ich hier noch Schalenstein. Habe ich hier noch. So, schwarzer Pflaster. Das ist das Himmelstein. So. Wir benötigen einfach mehr. Mehr. Mehr von allem. Einfach mehr von allem. Ah, ich habe noch vier Draw. Entschuldigung. Ja, eben. Ich wusste doch, dass du mehr gebaut hast. Kenn ich doch. Noch immer einer, der baut auf Vorrat. Ja. Nehmen wir gleich die Thun hier mit. Ich weiß schon, warum soll ich eins für die Kosten von einem bauen, wenn ich genauso gut fünf für die Kosten von fünf bauen kann. Genau. Ja, halt, ich wollte ja noch was ganz anderes. Am falschen Ende geizen. Ja, ich bin gerade am überlegen, wo ich die, wo ich dann die verdichteten Schuhfächer hinbaue. Oder ob ich direkt einen Keller baue. Baut doch oben ins erste Stockwerk. Ja, aber das erste Stockwerk ist auch noch nicht fertig und das sieht scheiße aus und ich muss sich da sowieso alles abreißen. Vielen Dank.